Ich glaube nicht, dass Basketball ein Job ist. Die Außenwelt denkt, dass es ein Job ist. Aber für mich ist es so, ich spiele ein Spiel. Es ist wirklich ein Spiel, das ich einfach liebte. Ich hatte eine herausragende Kindheit. Es vergeht wahrscheinlich kein Tag, an den ich nicht an Sarai und meine Kindheit denke, weil das eine überragende und wichtige Lebenserfahrung für mich war. Ich habe mit meinen Eltern gehört, viel Afrika-Musik. Und dann ein Tag kam meine Freundin, sie kam in das Haus mit diesem Viola. Und ich dachte mir, was ist das? Ich bin, wer ich war. Ich habe angefangen, mit der Tone, der Sound und alles. Es geht vielen so, dass sie irgendwas von ihren Eltern geschenkt bekommen haben. Ich habe viele Dinge von meiner Mutter. Von meinem Vater habe ich dann Zielstrebigkeit. Meine ersten Erfahrungen, die ich gesammelt habe, was es bedeutet, ein Team zu haben oder in einer Gruppe, klar zu kommen war in meiner Jugend, weil wir viel draußen gemacht haben. Alle Mannschaftssportarten fast gespielt haben. Es ist so, wie eine Band, eine Sound. Und es ist wirklich, wenn eine Person nicht zusammenhängt, die nicht zusammenhängt, die nicht zusammenhängt, dann fällt alles weg. Die Orchester ist alles um Team. Dieser Zusammenhalt und Wichtigkeit jedes Gruppenmitglieds habe ich damals auf eine sehr schöne Art und Weise gelernt. Und deshalb ist diese Erfahrung der Mittelpunkt meines Daseins, meines Handelns. In Basketball haben man individuelle Talente, aber wenn man zusammenhängt, dann ist es einfach schön. Im Leistungssport gehört natürlich immer wieder Druck dazu. Vom Verein, von einem selbst. Meistens ist der von einem selbst ein bisschen höher. Ich erinnere mich nur an der Draft-Night. Ich erinnere mich nicht an der Draft. Ich erinnere mich nicht an den Namen, wenn du da sitzt und denkst, ich dachte, ich würde nach Charlotte gehen, aber es funktioniert nicht. Die prägendsten Momente sind natürlich die ersten Spiele als Profi, dann der Draft. Eine lange Nacht, eine sehr lange Nacht, wo beide Eltern abwechselnd auch mal einschlafen. Aber am Schluss alle hellwach, alle sehr, sehr glücklich mit einer coolen Stadt und Franchise mit Chicago. Wir waren ein ganz neues Team, hohe Zielsetzung. Ich war super stolz, super glücklich. Das war ein riesen Ziel von mir, wo ich Jahre oder meine ganze Karriere davor gearbeitet habe für. Wir alle in unserer Karriere hängen ja auch davon ab, dass wir eine Chance bekommen. Dann bekommst du einen Telefon, und es ist ein anderes Team, der dir sagt, hey, wir wollen dich, einen Workout machen. So, ich ging, ich ging zum Workout, ich ging zum Gym, und ich sagte, wirklich, du wirst einfach sagen, du wirst nicht, ich bin die NBA-Spieler, also ich werde meinen Blut ausführen. Man muss offen sein, neue Sachen anzunehmen. Ich glaube, das Entscheidende ist ganz klar, dass man nur dann erfolgreich sein kann, wenn man sich eingliedern kann in eine Mannschaft, seine Rolle finden kann und die Rollen und die Stärken der Mitspieler neben sich nicht nur verstehen kann, sondern respektieren und akzeptieren kann. Erfolg ist ein schwieriges Wort. Also ich glaube, man darf dann nicht einfach stur dabei bleiben, was immer andere von einem wollen, sondern wirklich sich selbst Ziele setzen. So, I think it's very important to be able to go on and do something else you love to do.